Ich bin der Gräser und der Träder, sagt der Vater, Zyprian-Hausi. Ich bin der Petterle, der Mittler vom Eishof, alle sind Kronrat zu mir, der Weibchen ist groß und das Kronrat. Ich, der Eishofbauer, bin Witwer und ich suche mir wieder eine für meinen Hof und für meine Form. Nun, ich bin der Doktor und gehe in die Natur kaum noch nicht. Die eine Wachschule geht runter, die andere geht runter. Ich bin der Tonrober und was Tonweide ist, da bin ich auch nicht wenig. Ich bin Tonweide, die Hilfe an der Stirn und bei mir kommen sie auch für die Sädenloskarte. Ich bin der Tischler und oft kommst du am Geschäft, das was gar nicht gemeint hat. Ich bin die Träne und wird das Haus lesen tun. Und ich hoffe, es wird einmal ein Festtagsschüssel dicht, wenn der Hannes den Hof übernimmt. Ich bin der Oberknecht und schon über 10 Jahre lang hat es den Hof. Wir schaffen mit der Bauer was an und was das hier Bauer ist. Ich bin der Oberknecht, der am Hof. Das wird viel zufrieden. Diesen, wo die Leute uns halt sind, so wie. Ich bin der Mittlerknecht, der am Hof. In der Mittlerknecht, da hat man es nicht leicht, aber ich pack das schon. Ich bin der Knecht, der am Hof. Für mich gibt es nichts Schönes, als in der Natur zu sein. Ich vergieße dann auf alles andere. Ich bin die Männer, die Großmacht. Hätt ich eigenen Grund und Boden. Nein, braucht mich weg, Frau Tod. Ich bin einmal der Hofherber, der Hannes. Mir passt so, wie es ist. Denn wie jeder, wie gesagt, hat man Essen und Arbeit und mit den Händen ins Bett, mehr nach der Menschheit. Ich, der Kotz, bin der Bauer da am Hof. Der Hof, das ist mein Leben. Und übergeben tue ich nicht, wenn sie mich auch dafür verfluchen.